Hallo, mein Name ist Christian Finneberg von der Contao Akademie und in diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, was zu tun ist, wenn das Install-Tool von Contao gespört ist. Das heißt, wenn wir hier unter contao-install.php sind und wir sehen eine Meldung, dass das Install-Tool gespört wurde, dann müssen wir eben in der Konfigurationsdatei, wie hier bereits beschrieben ist, den Install-Count auf 0 zurücksetzen. Was ist also jetzt zu tun? Wir benötigen entweder ein FTP-Tool oder einen Editor, um diese php-Datei zu bearbeiten. Ich habe hier jetzt den Coder und wir eröffnen die Datei System-Config-Local-Config.php. Hier finden wir jetzt mehrere Konfigurationseinstellungen und normalerweise ganz am Ende finden wir einen Eintrag, der lautet Install-Count ist gleich 3 und diesen Eintrag setzen wir auf 0 zurück und speichern dann unsere Datei. Wenn wir jetzt wieder im Frontend sind und ich lade das Install-Tool neu, dann sehen wir, die Sperre ist weg und ich kann mich wieder anmelden. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao Akademie. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academie.de